Irgendwann kann man machen. Hallalau. Aber bei manchen Sachen scheint es ja doch zu gehen. Dass man da rein hüpfen kann oder irgendwas. Man könnte auch die Viecher umgehen. Aber warum? Oh, ich glaube, ich habe ihn nicht erwischt. Ich glaube, diesmal habe ich ihn nicht erwischt. Macht aber, glaube ich, auch nichts, oder? Oh ja, sie macht es aber noch zuerst. Das ist mega geil. Der hat nämlich jetzt auch noch zu sagen, ihn verstärkt mit dem Zauber. Und dementsprechend auch noch 100 Punkte. Ich weiß nicht. Es gibt ja auch so manche Spiele, Alter, beziehungsweise Napse. Es gibt ja auch so manche Spiele, die sagen dann ab Level sowieso drüber, wirst du keinen Punkt mehr. Ich hoffe ich die so dollweise nicht. Das ist schon okay. Endlich. Und ich mach mal jetzt einen normalen Eindruck auf die Spinne. Die ist jetzt eh platt. Mal gucken, ob die Spinne sollte so auch sein. Ja, aber manchmal denkt man halt über Dinge noch. Wer bist du denn? Ja, das ist ja mit der Schaufel. Ja, moin. Das ist ja mit der Schaufel. Und jetzt kann er schaufeln. Mit seiner Schaufel. Das ist ja mit der Schaufel. Nix-Dortigo. Ah, genau da wollte ich ja hin. Zu den Flüten der Schaufel. Sowohl die hier aus dem Dörfchen. Nix-Dortigo. Ah, genau da wollte ich ja hin. Zu den Flüten der Schaufel. Aber ich meine, manchmal denkt man einfach zu viel irgendeinen Scheißen an. Aber irgendwo manchmal denkt man zu russi-logisch. Nee. Aber naja. Ist zwar eine meine Spinnung. Nur mal ein Standardangrück. Vielleicht suche ich gleich mal irgendwie eine Kombi raus, die überhaupt nicht funktionieren dürfte. Ah na, hier müssen wir gar nicht behalten, glaube ich. Wow, Alter. Ah, guck mal die hier. Die haben wir auch schon mal gesehen. Hallo. Oh Gott, bist du ganz alleine? Warte mal, ich wechsle mal. Auf jemanden. Finara. Oh Gott, Versteinerungsschlag 2. Weil ich glaube... Es ist ineffektiv, aber reicht vollkommen aus. Oh, warte mal, jetzt können wir hier fliegen, ne? Ach, bin ich hier schon rumgeflogen? Kann man denn nicht diese Kisten öffnen? Nö, ne? Kann sie gleich schieben, oder wenn hier wohnt jemand? Auch verschlossen. Ich glaube, hier sind wir schon rumgeflogen, aber... Ich meine, wohnt, ne? Sind nur einmal so rübergeflogen, ne? Und... Ein schöner hoher Baum. Ach, bin ich hier schon rumgeflogen, aber... Ja, 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 hier sind wir so rumgeflogen. Aber wir sind noch nie da in dem Schloss. Also, auf dem Schloss rumgeflogen, oder was auch immer das ist. Dass ich hier unten rumgeflogen bin. Ja, so. Bringt auch nichts, das Ding anzulöchten, ne? Hm. Die Dinger sind mir immer noch komplettes Rätsel. Moin. Moin. Oh, yeah. Die sind schnell. Na, sag mal. Sonst zieht sich alle Bananen an. Aber es hat ein bisschen, äh... Punkte gegeben. Ich glaube, hier waren wir schon mal, oder? Ich glaube, hier waren wir schon mal, oder? Ich glaube, ja. Aber wie heißt es so schön? Loben ist nett, wissen. Au! Au! Stacheln. Aua. Und glauben heißt es nicht wissen, weil... Da sind nur noch Schätze drin. Ja, Moin! Was ist denn? Ja, Moin! Nerz! Ja, Moin! Und irgendwas quiekt hier gerade. Was ist denn? Ja, Moin! Ja, Moin! Ja, Moin! Ja, Moin! Und das ist irgendwie... Irgendwelche Hintergrundgeräusche, aber nichts, was uns angreifen möchte. Ja, Moin! Noch mal ein bisschen gucken... Oh, leiii... Aieieiei... Das war schick. Also, wir wollen doch noch noch, noch noch, noch, noch nicht drin. Bei den Mondensstück hier... Gucken wir mal hier rein, vielleicht zieht man es auch, ne? Und der beißt auch hier drauf hin. Okay. Oh, ich will mal hier durchs Gemäuerzeug fliegen, Mann. Aber wegen der Tür wollen wir auch schon mal noch. Ja. Genau, können wir auch schon. Aufliegen ist aber fein, das ne? Mit der Piste und so. Der war irgendwie nice. Oh, 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 oh. Herrlich. Herrlich. Das ist so schön. Weil das hat mit der Hitbox ja zu tun, ne? Inwiefern trifft man sie oder auch halt nicht? Und, äh, ja, dadurch, dass sie dann zurückgezuckt ist, hat sich die Hitbox nach hinten verlagert. Und dadurch geht sie wieder nach vorne und dann, die hat sie halt, hui, hui, hui. Herrlich, herrlich. Schöne Sache, das. Und ich brauch ein bisschen Mana. Meina, meina. Tü, 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 tü. Meina, meina. Tü, tü, tü. So. Oh, jetzt ist sie erst dran. Die sind ja typisch, hui. Aber die habt ihr nicht aufgehalten. Das nenne ich dann Eigenverschulden. Wenn man die Chance schon hat, sollte man sie auch nutzen, ne? Oder wie war das? Oh, 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 oh. Na, na, du? Oh, richtig geil aus, wie das so im Stadion da steht. Ja? Lass uns knudeln. Ja, nächstes Mal sind wir schneller, ne? Ne, ich will nur einfach mal hier so ein bisschen kicken nissen, wo man eigentlich nicht so hinkommt. Vielleicht ist da noch bald was steckt. Also, könnte ja sein. Muss nicht unbedingt, aber könnte ja sein. Wollen wir mal damit, warum bist du denn jetzt hier? Die war heute noch nicht da. Wie spawnen? Oder wie? Ich glaube, ich werde die jetzt auch mal wechseln. Zu? Zu? Ihm. Gleich. Hast du, Multi-Angriff? Multi-Heilung, ja. Weg, Dings, wiederbleiben. Na komm, wir versuchen es mal. Oh, wow. So, die darf sich mal werden. Oder dich. Okay. Ein Trauberzank. Gut, da müsste oben die Kapelle sein. Aber das meine ich zum Beispiel hier zum Beispiel mit dem Map-Design und so, ne? Das muss ja auch irgendwo logisch sein. Man sagt, okay, da ist die Kapelle, da ist dies, das, das, und so weiter. Man kann ja nicht einfach wirklich so, ja, hier mach ich mal das hin und dran, und da kommt man da nicht mehr hin? Die sind hier kaputt. Der Durchgang ist zu. Äh, hallo? Ist der Durchgang hier zu? Mal real talk, why? Why, it is closed. Eigentlich kann man nicht hier hin. Geh gleich durch die Map da einmal hin und gucken, ob das geht. Alter. Mädels, erschreckt mich doch nicht so. Ich liebe die dunklen Gassen, ne? Na und da sind so. Ich bin rundherum auf. Ich bin sehr gut. Das ist wieder genau das. Ich bin sehr gut, okay? Ich bin sehr gut. Und wenn ich den measurend nicht bist, alle sind. ist sie noch zu also entweder hat das spiel gerade einen bug und hat nicht alle kisten keine ahnung also hat die kiste nicht mehr als gelootet gemacht kann ja mal vorkommen ich spiele jetzt mit den wissen um das war um spielen oh zwei zwei ich glaube die vier müssten eigentlich erde sein immer noch nicht mehr ab oder was das kann noch nicht wahr sein ich dachte ich bin das level ab tralalala na weil die hunden waren wir überhaupt schon klar definitiv wenn ich jetzt alles neu luten kann ja dann Prost Mahlzeit dann gucke ich mal auf die Luta Statistik oder so so wie kann man auch wieder um das ist ein bisschen Rüstung Rüstung ist toll und ach das war auch nur ein Punkt wie gemein gaymine ja gut hier sind wir auch bald durch wenn das so weitergeht ich weiß ob hier hinten noch was kommt da muss doch noch was kommen also wenn man irgendwie ein bestimmtes Level erreicht oder irgendwann werden die Sachen freigeschaltet das Multi Feuer ist auch geil ich will mir jetzt erstmal Multi Gewitter Gewitter ja Gewitter warte mal was ist das hier eigentlich versteinern alle alle versteinern ja das finde ich super alle versteinern so er hat auch wieder 2 Punkte sicherer Schuss erhöht die Chance auf kritisches Treffen auf 5% dies ist eine passive Fähigkeit finde ich geil nehme ich mit ok haben wir alle durch das haben wir schon mal alle durch und wir haben ja noch ein bisschen was gelootet Lootet Loot, 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 Loot 2,65 ist glaube ich schon das niedrigste ne ne Moment 2,75 na verlesen ist auch vorbei ne na gut na gut so und jetzt ist eben das wir haben nämlich den Spaten gegen die Laterne ausgetauscht und ich weiß auch wo die hin muss da klagt nämlich jemand über ein düsteres Arbeitsklima und dass er sich ein bisschen Licht wünscht und daher weiß ich wo sie hin muss einmal die Quest schon abgeschlossen ist aber unglaublich in dem Quest aber warum kommt man denn hier ins Ding nicht machen ich will jetzt ins Kapelle und da bitte auf die Schnelle so Ose Lemuria Ose Lemuria gibt es auch kleine Lemuria ja ich will geht zu Kloster aber jetzt kommen wir raus okay jetzt bin ich spannend man tut den ja nicht noch genutzt ne ui 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 da ui ich ui 나 ui 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 Scheibe. Also ein ganzes Riesenblatt. So ungefähr. Damit ihr keine großartigen Fehler reinbaust. Das finde ich ganz schön krass. Aber warum ist denn das hier zu? Oh. Das ist echt hier zu. Da kommt man gar nicht durch. Okay. Also man muss hier rausfliegen. Anders geht's nicht. Also wir sind hier oben schon mal drauf. Eigentlich müsste man von da auch hier reinfliegen können. Naja gut. Na würde ich sagen, ich mache mal kurz aus der kleinen Insel hier oben. Den schwebenden Lüften eine ganz kurze Pause.